wenn man eigentlich schlafen sollte aber nicht schlafen kann da habe ich öfter mal geschrieben ohne dann eigentlich schreiben zu können für big k 12 juli 1994 nachts um 3 uhr 14 notiert was passiert für big k von wilfried liebe dem dj s punkt damals das hast du gut gemacht nach dieser letzten nacht das hast du gut gemacht du hast mir gut getan und darauf kam es an du hast mir gut getan das war für unser glück ein starkes stück ein wichtiger schritt für unser glück dumm denk bitte dran das glück fängt erst an denk bitte dran und dann